Wir sind uns ähnlich. Wir erkennen das vielleicht nicht immer. Manchmal sind wir uns uneins, oft verschieden. Doch wir spiegeln einander, sind zwei Seiten einer Medaille, sind auf einer Achse von Möglichkeiten viele Spektren. Wir sehen uns ähnlich, selbst in stürmischen Zeiten, im Großen und im Kleinen. In der Vielfalt, in der Einzigartigkeit unterscheidet uns nur die Art und Weise, wie wir für dieselbe Sache kämpfen, wie aus uns vielen eine Einheit wächst. Und wachsen wollen wir an Vielfalt, Stimmen, Meinungen. Denn nur im Austausch erreichen wir Einigkeit. Nur im Gesehenwerden können wir einander sehen. Was wir sehen, bestimmen wir. Versteifen wir uns auf die Unterschiede? Oder erkennen wir Einigkeit? Wir brauchen uns, sind nur vollständig miteinander. Können nur gemeinsam etwas bewegen. Verändern, was uns wichtig ist. Wir erheben Stimmen, um Stimmung zu machen. Wir erheben uns, um Dinge zu lenken. Wir zeigen uns mit Einsatz und Stärke, um Einheit zu leben. Wir sind mutig. Wir zeigen, wer und was wir sind. Einzigartig und eins. Eine Demokratie, ein Parlament.